So, im Augenblick haben wir die Winky heroben, weil sie jetzt zwei Wochen nicht runter darf zu den anderen, weil sie ja sterilisiert wurde. Das sieht ungefähr so aus, ist relativ groß und verheilt gerade. Die anderen sind da unten im großen Gehege. Da irgendwo dürfte der Stefan sein. Stefan. Okay, kommen wir raus. Okay. Okay. Egal. Da, mehr r infrared. Hier. Ja, gar nicht. Die zwei können sich nicht sonderlich gut leiden, aber das kommt noch, gell? Wie gesagt, so lasse ich mir jetzt zusammen. Das war's. Oh, das ist auch so gut, hm? Ja, das ist so cool.